Mein Name ist Otto Bernhard Ludorf, ich bin Geschäftsführer der Sozialbetriebe Köln. Wir hatten heute eine Evakuierung, die vierte Evakuierung hier innerhalb von fünf Jahren. Es sind 1300 Bewohner, die zum Teil schwer behindert sind, die zum Teil schwer pflegebedürftig sind, evakuiert worden. Wir hatten insgesamt 182 Liegentransporte, die heute Morgen von der Feuerwehr mit den Hilfsorganisationen in Krankenhäuser überführt worden sind. Sie hören, jetzt kommen sie alle wieder zurück. Die Rückführung wird sicherlich noch zwei Stunden dauern, bis alle Bewohner wieder da sind. Es hat insgesamt gut geklappt. Die Schwierigkeiten können Sie sich vorstellen mit so vielen Rettungsfragen. Das ist generalschaftsmäßig zu planen gewesen und es hat gut geklappt. Die Rettungskräfte sind zu loben, die Feuerwehr hat es gut in den Griff gekriegt, unsere Beschäftigten auch. Ein besonderes Dank an alle. Insgesamt sind unsere Beschäftigten, wenn die Rückführung beendet ist, mehr als 15 Stunden im Dienst gewesen. Und die haben das ganz prima und ganz sensibel mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern hingekriegt. Ja, ich danke Ihnen auch. Ich bin auch sehr nett von Ihnen hier empfangen. Dankeschön.